Es ist wieder Zeit für Anime. Heute spielen wir Pokémon Snap. Viel Spaß Leute! Untertitelung des ZDF, 2020 Pokémon Snap Drücke Start. Okay. Wer läuft denn da? Pikachu New Game Machen wir einfach mal. Mal gucken. Hier müssen wir meinen Namen eingeben. Ihr wisst ja, ich bin ja der Ricky. Also gebe ich hier meinen Namen Ricky ein. Wo ist es? I habe ich schon. Jetzt noch das C. Das K. Wo ist es? Da. Psylon. Hier ist es. Ja, und dann wären wir schon fertig. Dann brauchen wir bloß noch auf Ende machen. Oh, Professor Eich. Okay, hier erklärt er nochmal, wie das Spiel so geht. Das Handbuch. Die Insel. Das Fahrzeug. Das Tor. Ja. Und die Strecke. Okay. Gut. Der Strand. Yes. Los geht's. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum spiele ich das alte Spiel eigentlich nochmal? Naja, bald soll ja New Pokémon Snap rauskommen. Oder dachte ich mir, dann spiele ich es einfach nochmal. Und schlecht ist das Spiel ja nicht. Die Grafik, ja. Hey Pikachu. Ja, Z ist Ranzoom und A ist Fotografieren. Also gar nicht so schwer. Auch wenn man jetzt von Anfang an nicht gleich alle erwischt. Man kann ja immer wieder reingehen. Mal sehen, wer noch so kommt. Hey, Relaxo. Mann, der pennt ja wieder. Jetzt bräuchte man eine Puckeflöte, um ihn aufzuwecken. Naja, vielleicht kriegen wir die ja noch. Mal sehen. Hey, Mauzi. Mauz, genau. Ja, die Folgen mit Team Rocket waren schon echt lustig. Und am besten war immer der Schuss in den Ofen. Und dann, bling. Naja. Ich glaube, Pokémon war sogar mein erster Anime, den ich je gesehen habe. Ja, könnte sein. Hey, wieder Mauzi. Und Taubzi. Wieder Snapbo. Habe ich schon, aber egal. Ach ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, früher immer nach der Schule nach Hause gerannt, um sein Lieblingsanime zu sehen. Ja, das waren noch Zeiten. Aber ihr werdet es ja auch kennen. Hier im Gebüsch. Hier waren noch welche. Hey, wer springt denn da raus? Wieder Mauzi. Immer Mauzi. Hey, wer kommt denn da? Evoli. Was rollt denn da? Könnte Schanera sein. War hier nicht auch noch ein Pokémon? Hey, Kandama. Weil die ganzen Taubsis. Naja, wir nehmen sie mal mit. Hey, was geht denn hier ab? Die schlagen sich. Ah, das ist schon ein Tor. Das war's schon. Na, habt ihr früher das Tor auch immer fotografiert? Na, ja. Das war's. Super. Wir sind durch. Jetzt werden wir mal sehen bei Professor Eich unsere Ausbeute. Okay, neu. Nee, das ist zu weit weg. Das ist auch noch zu weit weg. Ja, das ist schön da dran. Erstmal das. Dodo war das? Ich dachte, ich hätte Pikachu fotografiert. Hm, egal. Nehmen wir das. Smetbo. Oh, der ist schön da dran. Den nehmen wir. Relaxo. Hm, das will er nicht. Und nochmal Smetbo. Hm. Okay, wer ist hier oben noch? Mauzi. Genau. Schöner dran. Den nehme ich. Ah ja, Evoli. Aber zu weit weg. Das will er nicht. Hm. Schade. Was haben wir noch? Das Tor? Nimm mal das. Erstmal. Hm. Kann da mal. Genau. Das ist schön da dran. Hm. Das Tor brauchen wir nicht. Okay. Mal sehen. Hm. 600. Hm. 750. Hm. Technik? Hm. Nichts. Dodo. Dodo. 460. 200. Nichts für Technik. Smetbo. Genau. 570. Hm. 750. Ah. Fürs erste Mal. Mal zwei Technik. Mauzi. Mauzi. Ja, genau. 480. 200. Hm. Technik wieder nicht. Doch. Mal zwei. Evoli. Zu weit weg. Naja. Kandama. Kandama. Genau. 550. Hm. 10. Naja. Naja. Fürs erste Mal. Nicht schlecht. Wie gesagt. Man kann ja immer wieder reingehen. Ui. Was Neues. Hm. Was ist das? Ah. Was ich schon alles fotografiert habe. Und meine Punkte. Das? Ja. Top. Smetbo. Top Bild bis jetzt. Okay. Wieder bei Professor Eich. Hm. Bär Strand. Und eine neue Welt. Okay. Das war mein erstes Let's Play. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Dann wisst ihr, dann bin ich happy. Wenn du möchtest, lass mir doch noch ein Abo da. Um kein Video mehr zu verpassen. Okay. Dann hören wir uns bei meinem nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, Zeit für Anime. Ciao Otakus und die, die es werden wollen.